Hallo, hier ist Markus Grosser. Ich bin 42 Jahre alt. Wir sind hier in Mecklenburg-Vorpommern in Saato und wir betreiben hier eine Schmiede. Das Highlight hier zurzeit sind die Gürtelschnallen in 3D aus Edelstahl mit Firmen und Vereinslogos. Die Herausforderung ist halt, durch die Oberflächenbeschaffenheit muss geschliffen werden, entgratet, gebohrt und poliert werden und das ist meistens nicht so einfach. Der neue Viergang-Akkuschrauber von Fein ist sehr leicht, handlich. Also die Flexibilität ist sehr gut, da man das Futter schnell rausnehmen kann durch einen Klickverschluss und das macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Der absolute Kracher. dude. ? Wobei. Du bist. Wir sind. Wir haben doch ein paar deconstrufen, weil, weil wir jetzt ein paar Kracher auswacht, die Bedingungen zu fünftest haben, ist es auch nicht ein paar. Wir haben damit geschlägt, aber wir sind sehr gut. Wir haben die Bedingungen zu. Wir haben uns eine ganze Zeit, die wir haben heute wieder zurückgezogen. Wir haben die Bedingungen zu verh computern. hate.